Ich aber auch, ich habe nichts regeneriert, gar nichts. So. Ah, hier dran erinnere ich mich aber leider auch. Ja, aber das letzte Mal sind wir hier so durchgekommen. Das letzte Mal. Aber allgemein sind wir in diesem Run verdammt schnell. Ja, diesmal taugt ja auch unser Paddel. Was? Den letzten konntest du ja in die Tonne treten. War der letzte nicht nur mir? Oh Gott. Mann bin ich froh, dass der B nicht guckt. Mann bin ich froh, dass es in der Scheiße aus ist. Wow. Ja okay, ich spam ja schon meine Hammer. Hammer, was auch immer. Hammer. Hi, Storm. Hammer Tag. Jace. Zeig uns deinen Hammer. Hammer, wie du deinen Buch schwingst. Oh okay, es dauert echt ewig, bis man mal einer leer geht. Ja, mit mir schon. Und selbst dann brauchst du nicht im Sandy Trank trinken, sondern kannst du einfach kurz aufrufen. Spam. Ja, jetzt werden wir... Ah, ich glaube ich hab's aber. Ja, 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 ja. Ich clear schon mal die. Hä? Sandy! Wo seid, ach so. Äh, 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 äh. Oh, Kalibum, Vorsicht. Ach da, geht's lang. Ich hab doch nicht gewusst, dass sie da durchbrennt schon direkt. Ja, äh, wenn man so diese, diese roten Anzeichen sieht, oh Gott, da geht's vom nächsten Dings, dann rennt man hier einfach durch, weil das Schlimme kommt noch. Ja, die haugst du hier 14 Wochen. Ja, also wenn man sich hier Zeit lässt, kann man sich echt zu lange aufhalten, das will man nicht. Und so viel EP geben die Viecher jetzt eh nicht mehr, da wir ein komplettes Level-Up von den, äh, Barbaren bekommen haben. Mhm. Und Wallfüße. Genau. Ja, genau, Füße. Aber hat man die Hüterin vorhin beim Barbarenkampf gemerkt? Kann ich nicht sagen, weil ich deren Schaden nicht gesehen hab, weil ich einfach nur getankt hab. Ich hab teilweise auch nicht mal angegriffen, sondern einfach nur versucht, dass die mich angreifen und nicht euch. Och, meine... Ich hab kaum was eingesteckt müssen. Ja, eben, weil ich den ganzen Preis gepressen hab. Kannst du dann den Lob? Ach komm, die Kinder da drauf. Ah, stop it, you! Ey, ich muss fast nur noch meinen Streuschuss einsetzen. Was anderes bräuchte ich auch fast gar nicht mehr. Ich muss einfach nur Shift und linke oder rechte Maustaste drücken, dann mach ich schon gar nicht mehr. Okay, was auch nicht. Ah, ah, laufend, 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 laufend. Für diejenigen, die sich das sogar bis jetzt antun, kann ich nur sagen, also auf die Nachfolgeprojekte, da werdet ihr euch echt drauf freuen. Da bin ich mir irgendwo sicher. Wobei die, die sich das bis jetzt noch antun, denen gefällt ja das LP, also ist denen das wahrscheinlich egal. Irgendwelchen Gründen soll es Menschen geben, denen das sogar gefällt, ja? Ähm, also wenn ich es nicht selbst spielen würde, würde ich es mir angucken, weil wegen, ja. Und weil du dich selber gerne reden willst. Nein, ich habe ja gedacht, wenn ich es nicht mit selbst aufnehmen würde. Give me talking, bitch. Was ist das denn hier ein Stein? Oh, Stein. Was ist denn hier ein Stein? Guck dir mal den Stein hier oben an. Ah. Oh, ich glaube wir haben es. Sieht zumindest danach. Oh ja, das sieht super aus. Ja, ja, ja. Durch, durch, durch. Sandy, tanzt an, lass die Glocken. Ja, 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 ich geh ja. Level 10. Wir wissen es. Level 10. Mein Gott. Ja, einen noch finden, einen noch. Dann. Gut, gut. Oh, aber jetzt kommen hier die Todesfrust. Der Todesfürst in der Todesheit. Uh, fällt da an. Aua. Look at me standing. Oh, die Falle merkt man so beieinander, Gegner, oder? Mhm. So delicious. Uh, die Dinger haben mir grad ein bisschen mehr Schaden sogar als die Barbaren gemacht. Aua. Ich seh hier alles irgendwie nur wegschmelzen. Das ist gut, das ist sehr gut. Boah, ich hab mir, wie ich mir letztens hier diese Sonic-Folge von Nostalgia Critic angeguckt hab. Kennst du die holen? Nostalgia Critic? Sonic? War das der mit einem Anime? Mit der... Mit der animierten Serie, ja. Oh, ja, ja. Boah, so richtig ausgerastet ist. Fuck this show! Ich fand das so gut. Ich mochte die. Und ich hab's da auch gemacht. Die Serie? Ja, that's no good. Ich hab diese Moralpredigt von Sonic immer cool. Sonic says? Ja, Sonic says. Galter, das ist Sonic aus 6 nur früher. Oh nein, Sonic. Wir haben ja meinen Pudding weggefressen und haben mich gezwungen, Drogen zu rauchen. Oh. Fuck you. Äh! Jetzt nur den Gang fix mal leer, oder? Es wär glaub ich nützlich, wenn wir hier auf dem Stoff weg wirklich alles killen, weil... Ja, zwangsläufig. Ja, sonst... Kriegen wir früher oder später Fahrt aufs Fressbrett, wenn wir zurückrennen, oder so. Fahrt aufs Fressbrett. Ja, Fahrt aufs Fressbrett. Ich will aber nicht ins Fressbrett geprotzt werden. Boah, ich weiß ja nicht. Wer von euch hat hier nochmal Assassin's Creed 2 gespielt? Ja, ein bisschen. Eine Mission hat mich ja richtig hart aufgeregt. Fuh! Fuh! Wow, 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 wow. Eine Mission. Da musste ich insgesamt neun Leutnants töten, aber jeder war eine einzige Mission. Jeder mit einzigen Bedingungen... Äh, mit einzigen Bedingungen. Dass ich mich interessiert, äh, Assassin's Creed gar nicht. Es macht Spaß zu spielen, muss ich sagen. Die Story ist aber Bullshit. Wenn ich jetzt mal so im Nachhinein darüber nachdenke. Komisch. Manche sagen, eine der bestwellensten Stories ever. Ich darf ja jetzt noch nichts sagen eigentlich, weil das hier ist vor Assassin's Creed zu Ende. Also, ja, eigentlich darf ich darüber gar nichts sagen. Naja, also das Einzige, worüber sich die meisten beschweren, hier lang, hier lang, ist halt, dass jedes Ende ein bisschen mehr abfuck ist. Ja, das ist es. Ah, falsch. Man könnte fast sagen, es ist wie Kingdom Hearts. Die ersten Teile waren gut, die wurden dann immer schlechter? Nein, die Endings fuckten immer mehr ab. Ja. Siehe Dream Drop. Dream Drop Distance hatte nur nen scheiß Boss und dieses scheiß Tamagotchi Prinzip. Und ein scheiß Ending. Das auch. Gott, nicht richtig, dieses Tamagotchi Prinzip immer noch hoch, ey. Hm. Landknecht Piepzer. Lass die Landknechte links liegen. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Äh, über anderthalb Stunden. Hier oben. Wie lange? Über anderthalb Stunden. Ach so, ich hab zweieinhalb Stunden. Aber wir haben's gleich. Wir haben's gleich. Ihr wollt's auch zu Ende bringen, ey? Ja, ich freu mich schon auf den Wahlkampf gleich. Der wird richtig interessant. Also erst einmal noch hier runter und dann sollten wir das Stockwerk geklärt haben. Also ich hab gerade, muss ich sagen, Spaß. Ich auch, total. Ich halt zwar gerade ein bisschen in die Klappe, aber passt schon. Bei mir ist es nur so, ich möchte... Ich genieße einfach so diesen letzten Abschnitt hier. Ich hab im Moment, weil ich mir halt in letzter Zeit so einen Batzen an Spielen geholt hab, die ich unbedingt LP'n möchte, weißt du? Mhm. Du spielst kaum mehr was privat. Ja, wie soll ich das machen? Keine Ahnung, Castle Crushers zock ich jetzt ja auch privat. Ja. Du bist arbeitslos. Ja, das heißt nicht, dass ich nichts zu tun hab. Ja, ganz ehrlich, ich muss acht Stunden am Tage arbeiten. Was soll ich denn noch machen? Oh, oh, hier sind auch noch nichts, okay. Also jetzt nicht weiter rennen. Ähm, hier Sicherheitsportal ist Spam. Jeder. Hier, hier unten. Kann ich nicht, ich bin leer. Hallo. Hallo, hier runter ein bisschen. Oh, kommt da... Ich hab echt Angst zu weit vorzurücken. Kommt hier jetzt... Ja, Spam sowieso erst seine Viecher, wenn hier alles tot ist. Ja, trotzdem vorsichtshalber schon mal, ne? Dinge tun. Weil ich hab jetzt schon die Quest bekommen, weil irgendwer zu weit vor gelaufen ist. Ja, töten sie bald, Steiner. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis er anfängt zu lachen. Das passiert erst, wenn wir hier erstmal alles geklärt haben. Ja, der kommt zurück und äh... Trinkt erstmal nochmal. Der kommt hier doch vor! Das wollte ich gar nicht. Ich will da wieder hin. Das Ding hier ist... eben Bull. Soll ich auch nicht haben? Ich warte jetzt hier einfach auf euch. Hast du genug Tränke? Joa. Ich nehm... Ich hol mir jetzt noch Tränke, on must. Mhm. Ich hab zumindest welche gebunkert. Hm, ich hab ne Rune gefunden. Okay. Wie viele Heiltränke bräuch ich für den Kampf eventuell? Ähm, wenn ich's richtig hinkriege mit dem tanken, nicht allzu viele. Also würden drei unten in dem Mini-Inventar reichen? Wir haben ein paar da gerade aus der Reihe geklaut. Drei würden reichen? Nein. Drölf würden reichen. Mehr? Mach mal, mach mal. Fünf, sechs. Ja, ja. Ich hab natürlich noch welche im Inventar, aber von der Mini-Live-Style. Ansonsten würde ich die voll mit Mana klatschen. Hm. Ah, gut. Dann... Ich will nichts zu Niedertagstempel. Lauf! Starker... Rage de! Die Starken sind die Besten. Und... Okay. Ich... 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 Schmeiß mal alle Heiltränke, die ich hab vor den Raum. Ja, hatte ich auch vor. Tschüss. Lebt wohl. Tschüss. Ah... Und... Verzeiht mir. Ah... Sandy... Sandy... Ah... Und... Verzeiht mir. Ah... Und... Verzeiht mir. Ah... Und... Stirb. Verzeiht mir. Stirb. Ah... Uns... Zeit zu sterben. Moment, ein Paar. Was stecht da der Dornen-Lanzknecht? Ich bin mit euch wohl noch ein paar Heiltränke. Ich glaub, Shadow ist langweilig. Der ist langweilig! Können wir dann langsam so hart ist die Strecke jetzt auch nicht. Nee, aber dann sind wir schon mal vor, dann müssen wir nicht noch extra eine Pause machen, bevor mal kommt. So, auf ihn. Attacke! Zeit zu sterben. Stirb. Hier vorne steht und sagt Stirb. Voll mit Drohungen. Okay, jetzt fangt er an zu lachen. Fabi, geh weg von mir. Geh weg von mir. Innerhalb dieser vier Fackeln spawnen da jetzt ein paar Wellen-Creeps, die ziemlich hart sind. Zeit zu sterben. Stirb. Zeit zu sterben. Ja, die Anfangs-Bobs sind ja auch... Genau, die Hydra am besten immer direkt auf mich spammen. Ich darf mein... Dings nicht mehr spammen. Zeit zu sterben. Ohne Witz, den Kettenpanzer hab ich grad Tittenpanzer gelesen. Zeit zu sterben. Hm. Kann ich auch mehr... Ich kann auch mehrere. Geil. Ah, jetzt kommt Gift-Schadenfliecher. Ja. Ja, so viel Tatsch. Hahaha, Witzen. Ja, 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 die machen die Gift. Zeit zu sterben. Mhm. Zeit zu sterben. Oh, fuck. Gratzt mit wieder. Oh, fuck. Gratzt mit wieder. Bartok. Jetzt sind wir uns ja nochmal genug mit dem Giftschaden hier. Hallo? Ich glaub, ich hab mich mit dem Giftschaden festgekackt. Nee, der hält einfach nur saulange. Wie viele Venen kommt denn noch? Zwei, drei. Eigentlich müssten jetzt auch mal untote Diener kommen. Fuck. Oder mach. Fuck, fuck, fuck. Oh, 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 oh. Beweg dich! Ich hatte meine Defensiv-Aura nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, weil die Viecher dich mobben. Ich darf mich nicht bewegen. Beweg dich! Ey. Ei, 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 ei. Tot. Dreck dran. Okay. Ja, da hab ich grad ein bisschen zu hart gezankt. Jetzt müsste eigentlich noch eine... Ja, die ist schon da! Ah! Oh Gott. Überfuck auch. Boah. Ah, die Anbetäubungsschläge, die Pisser. Ich spam-Pfeile! Boah, boah, boah. Scheiße. Boah, Nippel doch! Oh mein Gott. Oh fuck. Ich versuch sie mal von dem Spawn wegzulocken. Ja, ich komm nicht an meine Leiche. Ich... Okay, ich lock sie vom Spawn weg. Oder ich versuch sie. Ich geh doch an meine Leiche! Ja? Super, ich hab ne dumme... Dummen Knopfstock. So. Oh, was zur... Ich lock sie weg. Einige jedenfalls. Was soll das meine Leiche? Wow, meine ganzen... Schnell? Schnell? Wow, okay. Das ist echt hart. Oh fuck. Ich mach den Dingern halt keinen Schaden. Aber ich hab die meisten nach oben gezogen. Nein! Nicht aufs Questbuch! Nein! Fuck! Na... Komm... Kommt, Schnucki. Hier in die Fallen rein. Nippel doch ab, man! Oh, sorry. So. So. Ich versuch mal den einen hier platt zu walzen. Wo bist du überhaupt? Ich lock sie grad weg. Ich lock sie grad weg. Ja, ich seh das schon. Alter, die sind hier noch... So viele! Benutzt eure... Benutzt die Chance und holt eure Leichen. Na, ich bin voll. Ich kann die fighten. Ja, ich kann sie nicht fighten. Ich hab keine... Ja, äh, ja, 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 ja. Wir müssen hier mal loswerden. Aber... Ja, ich hab keine Heiltränke mehr. Und ich beweg mich nicht! Naja, weil die Verbetäubungsschlag haben. Nee, ich klicke irgendwann das denn, aber bewegt sich nicht. Oh, fuck! Das ist einer zu viel, den ich tanken kann! Das ist einer zu viel, den ich tanken kann! Oh! Verreckt doch! Okay. Drauf! Geh drauf! Hier ist halt der Kräler! Geh von mir weg! Na, na, na! Nein, nein! Ich brauch einen Träger, aber ich komm da nicht durch! Nein, nein! Wow, ich block schon knapp 50% der Pflege und krieg trotzdem noch Assi-Schaden. Vogel mich da mal durch! Nein! Es sind keine Tränke mehr da, wunderbar! Spam jetzt einfach kühlt drin! Ich spam die ganze Zeit Pfeile! Ich bin dauerlicherweise brezelt jetzt! Fast so schlimm, als wenn man allein spielt! Incoming! Okay, ich kann sie jetzt hier tanken! Tanken wie ein Boss! Von den hier, ey! Ich bin tot! Und... Cool, meine Leiche aus der Entfernung abkippen! Oh Mann! Beweg dich! Weib! Ich... Boah! Ich kann nicht mal meine dummen Tränke einsetzen! Komm mal, geh nicht drauf! Ich kann den in dieser Menge nicht rausfucken! Lallala! Lör doch mal auf mich zu stun, Mensch! Cool, Level up! Wow! Komm, Fan, man! Was ich aushalten, ist noch ab normal! Wow! Der frisst gerade! Echt gut! Komm! Ja, Fabi macht den echt am meisten Schaden! Ich mach' gar nichts! Halleluja! Das macht mir jetzt wiederum Spaß! Nämlich... Mich nervt's grad, weil das Ganze mir einfach nicht reagiert! Oh Mann! Hallo! Du stellst vor mir, aber... Schuffack! Wo sind sie? Da sind sie! Hallo! Mann! Geh weg! Oh Mann! Droppt doch in die Scheiße! Fabi, ich tank die! Mach' sie kalt! Nicht so dicht dran! Nicht so dicht dran! Mach' sie einfach kalt! Ich kann die tanken wie so'n Boss! Alter, diese Phase ist doch scheiße! Oh, das ist Teamplay! Dude! Das ist Teamplay! Uh! Oh, die sind schon tot! Ja! Wenn ich tanke, machst du denen halt viel Schaden! Schon ist relativ, ne? Haben wir's jetzt? Ich such' noch mal, ob hier irgendeiner noch so... Lebt noch einer bei euch? Nö! Hier ist keiner! Da hinten! Anscheinend haben wir's jetzt endlich! Und wir haben keinerlei Tränke mehr, kann das? Hm, ich war grad noch mal kurz zurück mit einer Fächer gekauft! Ah, und? Ah, und? Ah, und? Ja, sieht gut aus! Hier sind keine mehr! Boah! Halleluja! Alter, die waren jetzt grad grad'n bisschen arg übertrieben! Hm, die letzte Welle ist immer so hart! Also, ich kenn' dich auch nachher! Ich bin dann einfach sofort gestorben, weil ich direkt in denen drin stand! Okay, hier lebt auch keiner mehr! Also, wieso kenn' ich's echt nur, wenn man einen Erfolgtraum spielt? Wo ist der Kerl? Der ist durch seinen Thron durchgegangen! Achso, gut zu wissen! Ich bleib' hier, ich hab' keinen Bock zurück zu gehen! Soll ich dir Tränke mitbringen? Nö, ist mir da so'n scheißegal! Die Dinger sind sowieso aus irgendeinem Grund in meinem Inventar, wenn ich sterbe! Ja, weil du deinen Gürtel verlierst! Ja, das ist doch Bullshit! Warum können die nicht am Gürtel bleiben? Weil, wenn der Gürtel weg ist, du die... Dann vergess' es! Ist doch ineffektiv! Wir haben's gleich geschafft! Ich mein' ist doch ineffektiv! Dann schieß' dir nach und kannst nix machen! Wir haben's gleich! Zum Glück! Ja, wir haben's gleich! Ich hab' auch keinen Bock mehr! Ich hab' echt keinen Bock mehr! Zerisch? Nein! Okay, wollen wir? Moment, ich bin noch nicht da! Jaja, ich komm' ja schon! Ich hab' mir noch ein paar Tränke gekauft! Soll ich sie hinschmeißen, die Tränke? Hier direkt vor den Thron! Mh... 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 Okay, ähm... Und noch Portale hier hin? Ready? Three... Two... One... Go! Go! Der Weltstein! Der Weltstein! Der Weltstein! Mehr hat mein... Okay, ich versuch' ihn zu tanken! Spiroli macht das Weltschwein! Ach du Scheiße! Ich kann... Stop tweeting! Ah, das Ding war einer Verbrennung! Ich erinnere mich! Und er ist zweimal da, der Pisser! Aber wesentlich besser als Diablo! Ja, wenn man sich mal bewegen würde! Ich häng' jedes Mal in dieser dummen Streuschuss-Animation fest! Alter, was! Slowed hier! War es laut! Alter, wie Fabi jedes Mal auf den Sack kriegt, ey! Aber ohne Ende! Voll auf die Ümmel! Du bist pottenhässlich! Deine Mutti stinkt nach Knoblauch! Und dein Papa war Rahm-Spinatschnitzel! Was? Ja, das war er! Hast du mal fix zwei Heilträger für mich, oder? Äh... Hab ich noch welche? Bäh! Nur noch selber... Nein! Gut! Ah ja, schön! Er folgt mich! Aua! Ja, weil... Okay, ich bin gestorben! Ja! Ich... Äh... Ich komm' wieder! Ups! Ich tue's ja gleich ähnlich! Ach, bald! Oh, hier liegt aber viel Geld in der Ecke! Ja, das... Diese Wellen, die machen mir so zu schaffen! Weil die zurückstoßen und... Okay! Incoming! Wenn wir erstmal den kaputt machen, der will weniger Erfurt! Äh... Er will erschaffenen neuen Kronen ziemlich schnell! Da! Oh, hallo! Was ist das für ein übrer Slow? Oh! Da müssen wir mal wissen... Alter, ich steh immer in seiner Mana-Verbrennungs-Fähigkeit! Okay, hier hinten kann jemand, äh, Dingens... Okay, Moment! Verdammt! Ganz ehrlich, auf wen soll man gehen? Auf beide! Oh Gott! Diese scheiß Wellen, Alter! Hm... Schaden! Dieser Slow, ey! Alter! Es nervt! Jetzt wünschte ich mir gerade, ich hätte meine Heilungsauge ausgebaut! Eieieiei! Das ist mein Schatten, lass mich leben! Was? Nein! Ich will nicht sterben! Okay, da war ich zu uns! Ja, es ist gut! Hallo! Kauf, 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 Kauf! Spielen wir das alte Kauflied! Auf geht's! Don´t,... Sauf, рук, Auf geht´s! Ah, Mann, raus! Und ''... IslandsM Sponge'' ja das letzte mal hatten wir doch mit dem nicht so starke probleme doch er hat uns das letzte mal genauso gelegt ja der barbar hat halt schaden gemacht gegenwahl aber da kommt der ist ein drittel sauen ich kann jetzt wieder fängt da ich auch wieder da und ich habe keine tränke mehr und halt doch einfach die fresse ok sandy kommst du ich denke ja trotzdem nicht dieses scheiß wenn wir versucht sich hinter der band oder so zu verstecken hallo nimm den auf ja wow ok ganz ehrlich besser dieses leichenprinzip ist dumm sammelt eine leiche und ein scheiß wieder zu bekommen das prinzip er war ja hälfte wenn er keinen klon draus hat geht das einigermaßen und so lange mein schatten motto nicht mehr ist mir das auch recht sobald tentakel draußen ist das einfach nur scheiße ich weiß ob dann einfach nichts mehr einfach mal wieder was anderes kann ich nicht versteckt sich und selbst wieder das ist aber auch ganz okay gegen den ich wüsste nicht was ich anders gegen ihn machen sollte wenn ich ehrlich bin es funktioniert und was an dem schmilzt jetzt endlich aber ist in dem moment nicht auf was er gehen soll ich habe keine feine mehr ich schieße die ganze zeit mein streus auf den ein ich habe keine feine mehr wenn ich gleich richtig verzweifelt bin fange ich an mit stinkgas zu werfen wir sind drei schuhen er ist er ist tot man hat uns schon wieder kein chacko gedroht warum glaubt ihr kein chacko und noch nicht mal ein level ab er bringt kaum exp geister weißbrot meine arbeit hier ist wahrhaftig zu ende das ist ein zu bogen und armenbrustfertigkeiten plus 172 prozent erhöhter schaden okay nett warte mal sollte hier nicht irgendwas sein hier hinten ja nicht durch das portal gehen hier ist kein portal ja dann kommst du gleich in den nächsten schwierigkeit und dann müssen sie das spiel jetzt durch oder ich habe ein volk und alles was ihr aufgebaut habt das war übel ich liebe diesen monolog von thürer er ist ich lasse ihn durchlaufen ich auch ich habe ein portal geöffnet bei mir hat er nichts gesagt hast du vielleicht aus Versehen weggeklickt nein kriegt man noch eine cutscene wenn man auf ende der zerstörung geht ja das überleben der menschen okay die gucke ich mir die gucke ich mir gleich an wenn die aufnahme zahlen ist ja ich mir auch die ist ewig aber ich wusste echt nicht was ich anderes machen sollte außer die hydren spämen es hat funktioniert also passt schon ich bin zufrieden das war echt gerade eine qual du kannst jubeln du kannst neue projekte aufnehmen ich habe gerade meine letzten tränke ausgetrunken stampi ja was ist er denn was denn stampi wo bist du ich bin in einem dorf weiß ich gesagt cool finde ich habe von den kerlen einen kriegsstab bekommen der sieht ehrlich gesagt aus wie der stab von wukong was war das für ein goldenes teil nett aber brauche ich nicht schmeiß mal hin Fabi ich sehe gerade den stab den ich hier in den händen halte das ist ein zauberstab zeig mal wo bist denn du ich möchte hier bleiben mir vibriert das alles so schön ach so okay die traurigen die ich da er war aber auch es hat den so ein ast bis sollten moment was benötigter level 50 oder 60 50 oder darf ich mal gucken da müsste 50 sein gucken gucken tschüss um lebt wohl tschüss haha der stadt ist für mich in nutzlos blitzbeherrschung energie schild warum ist der erst ab 50 der ist schlecht tschüss 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 Das war Let's Play Diablo. Ich bin nuggisch. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herzlichen Glückwunsch. Mehrjungfrau Mann wird fortan bekannt sein als Slayer Mehrjungfrau Mann.